Hallo Freunde, willkommen zurück auf meinem Kanal. Ja, die Menschen sind Genusswesen. Ich glaube, das steht außer Frage und dazu gehört einfach, dass wir gute Dinge, die wir in unserem Leben erfahren haben, definitiv nochmal wiederholen möchten, beziehungsweise da auch eine Art von Suchtverhalten entwickeln, uns immer wieder in diese Situation zu bringen, die uns eine gewisse Befriedigung verschafft hat. Nicht anders verhält es sich, wenn wir als Messernutzer, Messersammler ein besonders schönes Stück in die Finger bekommen und da eine gewisse Zuneigung entwickeln und quasi die Finger nicht davon lassen können. Und umso mehr gilt das auch noch, wenn wir Videos zu diesen Messern veröffentlichen. So ist es dazu gekommen, dass ich euch heute zum wiederholten Male das Roland Lanier Y-Saw Series und den kleineren Bruder das Just a Little Series ein bisschen näher bringen kann. Das Ganze in Zusammenarbeit mit der Claudia vom Messerkontor. Dort schreibe ich auch einen Blog. Der Artikel zu den Y-Saw Series ist dort schon erschienen. Ich werde das auf jeden Fall mal unten verlinken, dass ihr da mal reinschauen könnt, wenn ihr Lust habt. Dort findet ihr auf jeden Fall noch interessante Hintergrundinformationen zum Messer und zum Macher. Das Y-Saw Series ist ja mittlerweile schon ein alter Bekannter, möchte ich fast sagen. Wir hatten schon ein kleines Passaround zu dem Modell Light Squared, also zum Quadrat mit den Karbonschalen und dem nachleuchtenden Backspacer. Hier haben wir jetzt im Grunde das Basismodell. Die Griffschalen bestehen aus weißem Koryan. Das ist auch Acrylstein genannt. Eine Erfindung der Firma Dupont, ursprünglich für den sanitären Bereich und für die Küche. Aus Dupont-Koryan werden zum Beispiel Arbeitsplatten hergestellt etc. pp. Mittlerweile hat es aber auch Einzug in die Architektur gefunden und wie in diesem Fall für ganz außergewöhnliche Messergriffe. Das Material erinnert in der Haptik ein klein wenig an Kunststoff, wenn die Oberfläche sich auch dann eher anfühlt wie polierter Marmor. Das ist natürlich deutlich leichter als ein Stein, ein echter Stein. Ja, und es ist einfach nur traumhaft schön. Ich werde mal ein kleines bisschen Licht machen, damit ihr sehen könnt, wie sich das Licht in den Griffschalen fängt, wie es sich bricht. Ja, all das, was zu dem Messer schon bekannt ist, gilt natürlich nach wie vor. Es ist vom Design her meiner Meinung nach ein absolutes Meisterstück. Als ich es das erste Mal gesehen habe, beim Stefan Schmalhaus auf dem Kanal, habe ich den Kommentar hinterlassen, ja, Genius at Work, als meine Einschätzung zu dem, was Roland an jeder abgeliefert hat. Und ja, das kann ich bis heute einfach nur weiterhin unterschreiben. Dann diese Einstellung halte ich nach wie vor fest. Was man allerdings sagen muss, das Y-Saw Series und als Nachzügler dann das Just a Little Series. Ich halte sie mal direkt übereinander, damit ihr den Größenunterschied auch sehen könnt. Wir haben beim Y-Saw Series eine Grifflänge von 13 cm und eine Klingenlänge von etwa 11 cm. Und bei dem kleinen Just a Little Series haben wir eine Grifflänge von 11 cm. Also fast exakt das Maß vieler traditioneller französischer Taschenmesser und eine Klingenlänge von etwa 9,5 cm. Und mit 20,5 cm ist das immer noch ein ausgewachsenes Taschenmesser. Die Verarbeitung ist übrigens bei beiden Modellen absolut herausragend. Ihr seht die polierten Liner, die kleinen Details, der wunderschöne Abschluss der Klingenwurzeln mit dem Griff. Der toll eingepasste Bambus Backspacer. Also hier stimmt wirklich jedes Detail. Ich bin nach wie vor schwer begeistert. Ja, aber Roland und seine Messer, und ich hoffe, das kommt in dem Blogartikel auch ein ganz klein bisschen durch, stellen im Grunde so ein bisschen den ausgestreckten Mittelfinger an die althergebrachten Messermacher dar. Das Why So Serious bezieht sich natürlich auf den Satz des Joker aus Christopher Nolan's The Dark Knight. Heath Ledger für diese Rolle mit dem Oscar ausgezeichnet. Ein grandioser Film. Und er fragt halt seine Opfer, kurz bevor er sie tötet, warum sie denn so ernst sind. Und danach kommt dann in der Regel dieses Let's put a smile on that face. Lass uns doch ein Grinsen ins Gesicht zaubern. Und das schafft dieses Messer auf jeden Fall. Aber dieses Warum denn so ernst ist natürlich auch an die französische Messermacher-Gilde oder Riege gerichtet, die sich ein bisschen in ihren Traditionen zu verlaufen scheint. So zumindest in den Augen von Roland Lannier. Es wird immer auf die gleichen Griffmaterialien gesetzt. Es werden immer die gleichen alten Messerdesigns neu aufgelegt, vermarktet. Das fing mit dem Lajol an und geht dann über diverse andere Messer. Egal ob sie Le Liadu, Le Camerguet etc. heißen. Es wird halt immer versucht, auf Tradition zu setzen. Immer mit den gleichen Griffmaterialien. Es sind immer die gleichen Hölzer. Es ist Elfenbein, Mammutknochen etc. Und da wollte Roland einfach mal andere Wege beschreiten. Das macht er zum einen mit dem frischen, modernen Design des Messers. Zum anderen mit den verwendeten Materialien am Messer selber. Mal abgesehen vom Stahl haben wir mit Bambus Backspacer, Koryan, Griffschalen etc. Wirklich ganz, ganz ungewöhnliche Griffmaterialien. Darüber hinaus gibt es Griffe aus Tatenstoff, wie beim Stefan Schmalhaus im Video zu sehen war. Es gibt Griffe aus alten LPs, die eingeschmolzen und verpresst zu Griffschalen gemacht werden. Ich glaube, da kann ich euch in Kürze auch noch ein kleines Follow-up-Video zu präsentieren, in dem ich euch mal zwei dieser Modelle zeige. Ja, ganz ungewöhnliche Dinge. Darüber hinaus die Verpackung des Messers. Da haben wir diese Bambusröhre mit Roland's Makers Mark mit seinem Markenzeichen, seine Anfangsbuchstaben und gekreuzt Messer und Gabel, die dann auch den eindeutigen Hinweis darauf geben, wofür dieses Messer gemacht wurde. Nämlich als Tafelmesser. Ja, und die Abkehr von traditionellen Materialien einfach. Und das ist meiner Meinung nach perfekt gelungen. Er setzt damit ein wirkliches Ausrufezeichen. Er schickt sich an, die Szene ein Stück weit zu revolutionieren. Ich denke mal, das wird auch bei anderen Messermachern angekommen sein. Und vielleicht werden einige diesem Vorbild auch folgen und einen ähnlichen Weg einschlagen. Ja, dazu kommt dann noch der Aspekt, dass es auch rausgeht an die Restaurantbesitzer. Da gibt es nun mal leider Gottes den Trend, dass man im Restaurant, ich sage jetzt einfach mal zum schönsten Steak, zum teuersten Stück Fleisch, ein stumpfes, altes, abgewetztes, gezacktes Messer bekommt. Was dann einfach dem Anlass und der Mahlzeit entsprechend unwürdig ist. Und auch da setzt Roland an und kommt ein bisschen mit seiner anarchistischen Grundhaltung daher und sagt, dann lasst uns doch einfach ein taugliches Messer selber mitbringen. Was ist denn schon dabei? Auch hier so ein Stück weit wieder der ausgestreckte Mittelfinger. Der Punk, sein erstes Modell vom Y-So-Series, war ja das Punk-Mikata. Ja, der Punk kommt auch da ein bisschen durch gegen die Normen, gegen die Regeln und das macht die ganze Sache für mich auch so interessant und so aufregend, dass er einer ist, der sich an keine Normen hält und ganz einfach neue Wege geht und Dinge lauthals hinaus schreit, die ihm nicht passen. Und das ist es, was Roland Lannier und seine Messer, seine Linie, seine Idee und die Philosophie, die dahinter steht, von allen anderen französischen Messerfirmen und Messermachern im Moment ein Stück weit abhebt. Er hat angefangen, die Series-Reihe auch als Tafelmesser feststehend zu produzieren. Er beliefert mittlerweile junge, moderne Restaurants in der ganzen Welt. Spitzenköche kaufen seine Tableware. Und ich kann nur sagen, ja, absolut verständlich, wenn man diese Philosophie auch ein Stück weit vertritt und wenn man sagt, ich will weg von dem Althergebrachten, von dem Angestaubten, lasst uns die ganze Szene ein klein bisschen aufrütteln, ein klein bisschen wachrütteln und vielleicht können wir mit modernen Ideen, mit frischen Ideen, mit modernen Materialien einfach ein Stück weit dazu beitragen, dass dies geschieht, ja, umso besser. Und dazu kommt natürlich, wenn ich meinem Kunden, meinem Gast etwas in dieser Form, in dieser Art präsentieren kann, dann ist das vielleicht auch eine Art von Statussymbol. Er muss noch nicht mal verstehen, was dahinter steht. Er muss die Philosophie nicht kennen. Aber mein Gast wird merken, wenn ich ihm so ein Tafelmesser präsentiere, das ist schon was Außergewöhnliches und das wird irgendeine andere, eine tiefere Bedeutung haben. Und dementsprechend ist das eine Idee, die vielleicht auch hintenrum in die Köpfe kommt, ohne sich hinzustellen und mit dem Zaunfall zu winken. Von daher auch in meinen Augen wieder ein riesiger Pluspunkt für Roland Lanier und seine Messer. In diesem Fall, das Corian, ganz besonders elegant, ganz besonders schlicht. Das rein Weiß sieht einfach wunderschön aus. Das Corian in, ich glaube, Juniper Gray heißt die Farbe, wirkt dann deutlich mehr nach Stein. Auch eine ganz, ganz interessante Optik. Ich hatte leider noch nicht die Chance, eins dieser Modelle mal in die Hand zu bekommen. Aber auch wirklich wunderschön. Ja, und dann wie angesprochen, die diversen Taten, schottische Tatenstoffe als Mikata-Griffe und das Rock'n'Roll, More Rock'n'Roll mit den Schallplatten, mit den Vinylgriffschalen. Das rundet die Sache ab. Und nachdem dann Rufe laut wurden, das Y-Saw Series mit fast 24 Zentimetern, sei einfach viel zu groß, hat Roland dann innerhalb eines knappen Jahres schon reagiert und mit dem Just a Little Series den kleineren Bruder vorgestellt. Und nach allem, was man so hört, verkauft sich das auch richtig, richtig gut. Mit anderen Worten, das Just a Little Series, nur ein ganz klein bisschen ernsthaft, ist dann auch wirklich der richtige Schritt gewesen. Was die Wünsche der Kunden anbetrifft, einfach zu sagen, hey, da muss was passieren. Die Leute wünschen sich ein kleineres Modell. Ich werde das umsetzen. So, jetzt entschuldigt bitte das Ratschen des Klettverschlusses. Ich werde nämlich jetzt zum Größenvergleich noch kurz zwei Klassiker dazu holen. Zu diesem Zweck werde ich das Y-Saw Series und das Just a Little Series ein klein bisschen auseinanderschieben. Ich hoffe, das ist alles noch im Frame. Da hätten wir zum einen ein ganz klassisches Letiär-Modell, und zwar das Le Compagnon von Chambria. Und da könnt ihr sehen, die Länge ist beinahe identisch mit dem Just a Little Series. Und das Le Compagnon ist ja auch definitiv kein kleines Messer. Auch hier haben wir, wenn ich nicht irre, 20,5 cm etwa Gesamtlänge. Das nehme ich mal wieder aus dem Bild. Und für die Freunde der Percival haben wir noch, hoppla, das Le Francais. In dem Fall eine Version in Wüsten Eisenholz. Hier könnt ihr sehen, Klingenlänge ein klein bisschen weniger. Und am Griff ebenfalls einige Millimeter weniger. Das Le Francais kommt mit 19,9 cm, wenn ich nicht irre. Ja, hier haben wir also das Messer für das neue Jahrtausend. Zumindest, wenn es nach dem Macher Roland Lanier geht. Bei mir, das kann ich sagen, geht diese Philosophie, die hinter dem Produkt steckt, voll auf. Ich war vom ersten Moment an schlichtweg begeistert. Ich denke, dass diese Begeisterung viele andere Messerfreunde auch gepackt hat. Selbst diejenigen, die eigentlich aus der nicht so klassischen Ecke kommen, finden Gefallen an diesem Messer. Es hat eine aufregende, schnittige, fast schon elegante, sportliche Form langgezogen. Wir haben die Bögen, die sich spiegeln. Also, ja, es ist einfach ein ganz besonderes Messer, das mit keinem anderen vergleichbar ist. Und das auch in seiner Silhouette immer wieder zu erkennen ist. Also einen hohen Wiedererkennungswert hat. Und so ein Produkt zu schaffen in der heutigen Zeit, das zeugt schon von einer ganz, ganz großen Kreativität. Und das dann in der Form und in der Klasse umzusetzen, zeugt von noch größerem Talent. Ja, in diesem Sinne, euch ein herzliches Dank fürs Zuschauen. Claudia, dir einen ganz herzlichen Dank, dass du mir die beiden Modelle zur Verfügung gestellt hast, dass ich die hier präsentieren konnte. Und an Roland, ganz herzlichen Dank dafür, dass du so fantastische Produkte herstellst. Und ich hoffe, dass da in den nächsten Jahren noch viel, viel mehr kommt. Ja, euch allen noch einen schönen Tag. Und wir sehen, hören und lesen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Bye, bye.